Ja, was bist du denn? Asozial. Ja, doch, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das. Ich verstehe nicht ganz diesen Zahnstocher, der da drauf ist, aber ist okay. Der war wichtig. Alter, okay, wir müssen hier raus. Ja, ich habe gesagt, da muss ich... So, das habe ich so nicht verstanden. Ja, das bin ich. Ich trinke auch mal. Asozial. Es ist nur noch einer am Leben. Noch am Leben. Wir machen das Jakob, Jakob. Ich nehme zwei Credit-Up-Dosen. Oha, Jesus, das Trader. Oha, Jakob, das Trader. Ihr seid beide Helden. Boah, hier haben die Blöcke richtig Social Distancing. Das merkt man noch. Aua. Hat ziemlich wehgetan. Mir auch. Nein, da rein, das bin ich. Nee, drum. Oha, als ob... Was ein Lucky Pass hat, Alter. Boah. Boah. Hast du mich... Hast du mich abgeschossen? Ich habe dich zum Kollegen gemacht. Ich bin in Rot. Nee, wirst du nicht. Doch. Nee. Ganz unten. Nee. 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 Ich bin im Tor. Ist jemand bei mir? Nein. Okay, ich erkaute nix mit dem Ball Gut gemacht, okay Way too easy Way too easy für mich Eben noch voller Panik und jetzt? Jetzt kalkulatet Ein T-Rex verliebt seine Armbanduhr Äh Äh, wo? Okay, das ist schnell weg, oder? Ja, also spätestens jetzt würde ich sagen Pfff Boah, es sollte ein T-Rex sein Da ist die Uhr links Ah Ja, ich hab keine Angst vor Oh, geht nicht mehr Stopp Oh Okay, da ist sie halt gestorben Na, Jakob ist Trader Jakob ist Trader Fröhliches Pflasterlach, blutende, wunde Knie aus Dass das soweit geht Ich musste mich kurz zurückhalten, dass ich das überhaupt male Weil das mit Knie finde ich nicht witzig Oh Darmbakterien sorgen für Blutungen Was? 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 Darüber müssen wir reden Wie? Quatsch Was machst du da? Quatsch wahrscheinlich Irgendwann so ein Quatsch Ui Uaa Oh Äh, Koldi in Orange ist Zombie-Macher Oh no Oh no Oh oh Das sieht falsch aus, das sieht sowas von falsch aus Oh, Philipp Das ist aber ein langes Wüstchen Vielleicht findet jemand den Boom-Buddy viel Spaß, gönnt euch Da! Boah Boom 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 I want you in my room Da waren zwei Leichen Eine ist untergefallen, die ich gefällt habe Die andere muss natürlich der Boom-Buddy sein Bier aus Bauchnabel trinken Das ist ne gute Idee Ich hab's komplett komisch gemacht Pass auf Ja Hol mich Ich bin jetzt raus Komm her, wenn du nicht raus Komm runter, du Hund Komm nicht runter Hol mich als erstes Komm her Komm doch Komm doch Ich bin tot Ich bin tot Aber wenigstens ist ein Bild vollkommen Das ist so, Alter Ja, ich wusste das mit dem Chaos enden, hab ich doch gesagt Oh no Was? Oh, wie gut Wir sind so kreativ Guck mal Anni, du warst das da hinten Du hast den Kai gekillt Nein, Anton Nein, du warst das Nein, Anton Du warst das Du warst das Du warst das A überhaupt Warte 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 Nur von wem habe ich das? Ich war so nett und diese Person war sehr unfreundlich Das war ich dann nicht Jens Könnte sein Mhm Jens, ich mach jetzt etwas und du musst mir sagen, ob's zu dir passen würde Ein Affe reitet auf einer Rakete Richtung Mond. Oh Gott, nicht schon wieder diese Affen-Bananen-Problematik. Oh nein, scheiße. Reitet auf einer Banane Richtung Mond. Oh, guck mal. Ich hatte nicht genug Zeit. Zum Schreiben? Ja, drück auf den Knopf. Oh, oh, wer war das? Okay, okay. Okay, Schein, Personen ist immer ein bisschen schwierig. Weil, Koldi weiß zum Beispiel nicht, wie wir aussehen. Ah, ja das ist halt Glitten. Ja, keine Sorge, ich denke mir was Nettes aus. Schein! Das wusste ich ja nicht, dass man das nicht weiß. Margot ist Würstchen. Jetzt haben wir den Macho nicht gehört. Oh, oh. Ich öffne mich ab. Du bist das Beste, das mir hier passiert ist, Junge. Hey, wie gut ist das gemalt? Ich habe alles falsch verstanden. Das sieht so gut aus. Ich liebe das. Kommt nichts weiter. Boah, ist das so gut. Boah, ist das so gut? Junge. Das ist ja so ein Killer, ey. Das ist so geil, oder nicht? Das sieht fast realistisch aus, ne? Ist so geil. Oh mein Gott, jetzt hättest du es fotografiert oder so. Das passt sich aus dem Bild, ey. Nein, Jakob. Nein, ich bin. Als ob ich kein... Nein. Wo stimmst du denn? Ich bin. Oh, 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 oh. Hey, Damon. Ah. Jakob, Jakob, flieg. Okay, lass dich, lass dich. Ich lass dich, lass dich. Aber da oben ist ja der gestorben von uns. Ja, Damon. Nein. Was? Wie hab ich dich mit dem Moonball... Ich hab dich mit dem Moonball gekillt. Ich stand da in dem Raum, ja, und du killst mich und dann durch du warst gekillt. Im Raum? Ich hab die anderen drei abgeworfen und du verreckst am Moonball.